. . So, aber scharf! Boah, hier ist scharf! Ich habe es geschafft! Nach drei Monaten Warterei! der erste ungarische Dollar von Kometa. Danke schön. Bitte. Geh weg. Tschüss. Danke. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, wir sind zufrieden. Alles war gut. Willi war gut. Alles okay. Alles in Ordnung. Nächstes Mal. Hat er denn besonders gut gemacht? Gut gemacht. Er hat sehr viel geholfen für uns. Also man muss schon hart im Leben sein, um das zu drehen, auf jeden Fall. Aber ich stelle mich jeder Herausforderung und möchte auch gerne den Leuten das zeigen, was so andere Leute nicht zeigen. Und ich finde, das gehört zu unserem Leben dazu. Das ist normal. Wir verzehren das ja auch. Und wenn man nochmal zeigt, wie das hergestellt wird, ist mein Gott, es ist da nichts dabei. Und für mich war das interessant, weil ich bin ein absoluter Fan der ungarischen Salami. Ich habe es so bekommen. Ich musste zwar mehrere Arbeitswege gehen, aber es war sehr interessant. Also wenn ich das vergleiche mit deutschen Arbeitsverhältnissen, die haben die Ruhe weg hier. Also es geht alles einen Gang, alles super, alles super hygienisch, alles super sauber, achten sehr darauf. Aber die haben die Ruhe weg. Ich habe 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 die Ruhe weg.